Musik Geola Asere, Geola Miente, was ihr da meine Besten, euer Boy Elmer Cubanito ist mal wieder, back am Start Und ja Miente, ihr könnt es sehen, es ist Baba Wetter, richtig nice Und ihr kennt ihn ja bereits schon und zwar der Xavi, und der ist jetzt am Start Por favor, venga hier, Xavi, alles gut? Die erste Challenge ist Freistoß schießen, jeder jeweils vier Schüsse, wer mit trifft gewinnt Bei Unentschieden geht's in Station Piedra, Papel, Tijera Piedra, Papel, Tijera, ok, Xiegen, Stein, Papier Piedra, Papel, Tijera Ah, ich habe noch mal Ok, Xiegen, Stein, Papier Wie heißt es in der Alemann? Die erste Schüsse Die erste Schüsse Die erste Schüsse Ok, die erste Schüsse Portera, eh? Wir sind fertig VAMO! 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 WAMO! WANDO TU ME DIGAS Ok, SIE, PUEDES WAMO! Wissa Wiss du? Wiss du? Wiss denn? Wiss denn? Wiss denn? Wiss denn? Der Ball ist holl Der Ball ist holl Mal wieder Was verrat ist? Ja, wiss denn? Wie schön Wiss denn? Wiss denn? Ich hab das Gefühl, dass das nicht so gut ist! Na gut, na gut. Oh, tío! Ja gut! So leicht! 2 zu einem C. Der Junge kann kicken. Buena! Buena, Buena, Buena! Buena, 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 Bu Hier? Attention! Ja! 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 Ich habe zwei Tore gemacht. War nicht schlecht. Mal gucken jetzt. Wie viele Tore machst du? Ich glaube, ich werde zwei Tore. Er sagt drei Tore. Okay, Bruder. Wir gucken jetzt. Wir gucken jetzt. Wie viele Tore machst du? Wie viele Tore etwas hinzu. Wenn die Tore kommt. Und wenn die Tore kommt. Wie viele Tore macht. Nein. Wie viele Tore. Wie viele Tore kommen? Wie viele Tore kam. Wie viele Tore nicht. Okay, ich würde sagen, er hat mich auf jeden Fall richtig zerstört, aber er spielt ja nicht umsonst beim FC Barca. Ich würde sagen, jetzt machen wir noch Crossbar schießen. Okay, ich würde sagen, wir sind jetzt mit dem Laten schießen, wobei? Okay, ich würde sagen, 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 du würdest die Zirk? Ja, wir machen fünf weiter. Wir machen eine Länge mit fünf und wir machen schnell. Das ist das anders. Okay, Leute, er sagt, wir sollen fünf Bälle hinlegen und schnell, derjenige, der alle trifft, spricht von da aus, wie das schon, ich meine, oder? Derjenige, wo er die Bälle an der Laten trifft, der hat gewonnen. Fünf Bälle liegen da, würde ich sagen. Du sollst nicht so Tomlaba, no! Hey Leute, cool zu sein, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Es war ein Prazer, wenn ich hier bin. Der Crossbar schießen, wisst Bescheid, fünf Bälle, möge der Beste gewinnen. Okay, ich fange an, ich werde besser. Entschuldigung. Entschuldigung. Direkt? So. Ja? Una. Dos. Un. Dos. Y otto. Ui! Dos, eh? Venga, va. A ver si gano. Okay. Zwei Lattenschüsse, also zwei gilt es hier zu toppen für Javi. Ja, ich würde sagen, es packte nicht. Es packte nicht. Es packte nicht. Ah, ahora, ich muss jetzt, wie viele ich markiere? Zwei? Tja, zwei gano, oder? Tja, drei. Tja, drei. Tja, drei? Tja, drei? Ja. Sehr schwierig, oder? Sehr schwierig, oder? Okay, Javier, plan das. Wir müssen jetzt alle sitzen. Oh, das ist es. Nein, nein. Okay. No. No, hast gewonnen. Sehr gut. Felicidades. Well, Mannito. Willst du sagen etwas? Du hast es sehr gut gemacht. Du hast es gut gemacht. Ja, gut. Okay. Okay, wie war es? Du hast ein Video gemacht? Ich war wirklich nervös, aber ich habe sehr gefallen. Warum nervös? Weil es das erste Challenge gemacht hat, mit dir und ich war nervös. Also, willst du etwas sagen zu meinen followers? Deine Kollegen, dass es sehr großartig ist. Und abonnieren und schreibt es. Ich habe es geschafft, dass du abonnieren und ich sage, Vielen Dank für deine Arbeit. Vielen Dank. Wir werden sehen, dass du bald in der ersten Reihe bist. Wir werden sehen, dass du bald in der ersten Reihe bist. Vielen Dank, Hermann. Ich würde sagen, meine Leute, folgt ihm auf Instagram. Vielen Dank, Cassia, für die Handlung zu filmen. Vielen Dank, die Leute hier, ihre Freunde. Vielen Dank. Ich würde sagen, folgt ihm auf Instagram. Wisst mir genau, folgt ihm. Und ich würde sagen, folgt mir auf Instagram. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.